Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am Titel hast du es bestimmt schon erkennen können. Heute geht es um die Drechselbänke für meine Drechselkurse. Vor, ich glaube, über einem Jahr habe ich das hier angeteasert, dass ich hier in der Werkstatt Drechselkurse geben werde. Und heute ist es offiziell soweit. Heute sind die benötigten Maschinen angekommen. Und ich habe mir überlegt, ich werde sie mal mit dir zusammen auspacken. Wir schauen uns das Werkzeug an, was dann jeder Kursteilnehmer auch bekommen wird. Und darum soll es im heutigen Video gehen. Ich bin super, super happy, dass das jetzt endlich soweit ist, dass ich sagen kann, die Maschinen sind hier. Hier, wahrscheinlich wird es noch nicht ganz auf der Webseite fertig sein, dass du dich bei einem Drechselkurs anmelden kannst. Denn leider geht es irgendwie ein bisschen schneller im Moment, die Videos hier zu drehen, als alles im Hintergrund dann fertig zu machen. Deswegen schau doch trotzdem gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort wirst du dann sicherlich ein paar Informationen schon mal vorab finden können. Sei es egal, in welcher Art und Weise. Wir schauen uns die Maschinen mal an. Ich hole sie hier rein und dann fangen wir mal an, alles aufzubauen. Drei Drechselbänke sind das hier. Das sind KS-Drechselbänke und die werdet ihr auch in Zukunft bei mir auf der Webseite finden können. Das sind richtig tolle Drechselbänke, aber die seht ihr natürlich auch gleich schon. Hier vorab mal die Informationen. Wenn ihr Interesse an einer Drechselbank habt, könnt ihr auch vorab mich, wie gesagt, schon mal kontaktieren. Die Webseite ist derzeit nicht so schnell wie die Videos, die hier rauskommen. Und gerade die Leute, die aus dem Saarland kommen, wenn du eine Drechselbank möchtest, die kannst du dann auch hier vor Ort abholen. Da musst du dich nicht um die Spedition oder, oder, oder kümmern. Kannst du vorbeikommen und kannst du einfach halt hier abholen. Nur als mal hier die Informationen. Aber jetzt packen wir das Ganze mal aus. Explosionszeichnung, Spannschlüssel, Messerauflage. Schön ist, hier sind auch direkt Planscheiben dabei und ganz viel anderes Zubehör. Das ist die Drechselmaschine mit Frequenzumrichter, alles noch schön eingeölt, damit da auch ja nichts rostet. Packen wir sie mal aus. Die sind schwerer tatsächlich, als man denkt. Es gibt ähnliche Größen, die sind aber ein gutes Stück leichter. Die hier sind viel, viel massiver gebaut. Vielleicht fragen sich jetzt schon ein paar Philipp, wo willst du denn überhaupt die Drechselbänke hinstellen? Deine Werkstatt ist doch schon voll. Sieht in den Videos immer so aus. Und ja, sie ist ziemlich voll. Aber ich habe zum Beispiel hier die Hälfte meiner Werkstatt, inklusive von dieser Werkbank. Das ist ja mobil. Da kann ich hier in etwa 40 Quadratmeter frei machen. Und mit vier Personen ist das hier schon vollkommen geräumig, damit auch jeder ein bisschen Sicherheitsabstand zu jedem anderen einhalten kann. Und genau deswegen habe ich auch direkt hier passende Gestelle, damit sie halt eben auch mobil sind. Wenn ich sie nicht brauche, werden sie woanders gelagert. Wenn ich sie brauche, dann kommen sie halt hier her. Kraftflug muss jetzt ausgemacht werden, denn jetzt werden wir die dritte Drechselbank mal aufbauen. Und ich werde dir ein paar Details zeigen. Ich habe jetzt schon zwei Stück aufgebaut und weiß jetzt, wie alles funktioniert. Also der Aufbau. Und deswegen werde ich dich da noch einmal ein bisschen detaillierter mitnehmen. Die Drechselbank hier wiegt irgendwie um die 50. Also was steht drauf? 52. Nettoweight. 52,5 Kilo Bank. 52,5 Kilo Bank. Ja. Genau. Also die 52 Kilo. Und wenn ihr auch sowas habt, dann hebt ihr am besten an dem Spindelstock hoch. Das funktioniert echt ganz gut, auch wenn man dann alleine ist. Die Zweiten wäre natürlich ein bisschen besser. Oder einfach an dem Tragegriff. Und dann im besten Fall direkt auf ein Gestell. Puh, 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 puh. Dann steht die Maschine schon mal drauf. Und als erstes will ich natürlich schauen, dass die nicht mehr runterfallen kann. Deswegen befestige ich die Maschine an dem Gestell. Ich habe die Drechselbänke übrigens gekauft. Also das ganze Werkzeug, was ich euch gleich noch zeigen werde, das habe ich gekauft für den Kurs. Genau. Nur, dass er das wisst. Sollte man ja vielleicht auch mal sagen. Was ich auch noch mal kurz betonen will. Jeder, der hier halt eben einen Kurs bei mir macht, da hat jeder sein eigenes Werkzeug. Das werdet ihr auch gleich sehen. Jeder hat ein eigenes Spannfutter. Jeder hat alle Drechsel-Eisen, die man halt eben benötigt. Ganz viele Kirschen-Drechsel-Eisen, ganz, ganz viele Crown-Drechsel-Eisen. Also jeder hat seinen eigenen Arbeitsplatz, wo wir dann schöne Sachen drechseln können. Und ich bin gespannt. Also ich freue mich jetzt schon langsam richtig. Hat jetzt auch alles lang genug gedauert. Und ich denke, die Drechselbänke sind auch wirklich mehr als ausreichend. Vor allen Dingen Frequenzumrichter. Das ist ja sowieso immer eine tolle Sache. Und sie sind auch einfach gut. Das kann man doch einfach so sagen. Übrigens kleiner Tipp, wenn ihr mal nicht wisst, in welche Richtung ihr die Schraube irgendwo an der Maschine öffnen müsst. Stellt euch einfach vor, es wäre ein Flaschendeckel. Dann funktioniert das in der Birne oft viel einfacher. Wenn ihr eine Flasche rumdreht, wie würde das aufdrehen? Stellt euch einfach vor, ihr würdet, wenn eine Schraube aufdreht oder zudreht, eine umgedrehte Flasche, eine Trinkflasche zudrehen. Ach, welche was? Ah, nicht die falsch rum und hier die Beine. Ne, sind gleich. Diese zwei Löcher hier sind für eine Bettverlängerung. Das bedeutet, wir können hier auch ganz, ganz lange Sachen draufdrehen, weil wir die Möglichkeit haben, das Maschinenbett zu verlängern. Hier unten die beiden Schrauben werden wir das erste Mal lösen, weil die sind dafür gedacht, dass wir hier unseren Trageriff notieren können. Ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Beziehungsweise ganz gut, weil so kann man die Maschine auch wirklich gut, trotz ihrem höheren Gewicht, auch mal auf eine Werkbank draufstellen. Atemlos durch die Nacht. Als nächstes müssen wir den Frequenzumrichter montieren. Da gibt es einen kleinen Trick und zwar dürft ihr hier unten die Schraube nicht ganz rausdrehen. Das müsst ihr nämlich gar nicht. Nur hier oben die Schrauben müsst ihr ganz rausdrehen. Denn diesen Frequenzumrichter können wir unten bei der Schraube reinstecken. Das bedeutet, dass es unten eine geöffnete Bohrung ist. Das heißt, hier unten können wir den FU einfach aufstecken. Das ist dann ein bisschen leichter zu montieren. Und oben müssen wir die Schraube dann einmal durchfädeln. Einmal die Klappe öffnen. Die müsst ihr auch übrigens öffnen, wenn ihr den Kallrieben verstellt. Der ist hier bei mir schon auf der mittleren Drehzahl. Da werde ich es auch bei belassen. Deswegen muss ich oben die Klappe gleich nicht öffnen. Und werde die hier auch gleich wieder schließen. Den Frequenzumrichter werde ich jetzt hier einmal fix anschließen. Das ist einfach ein Stecksystem. Also überhaupt kein Problem. Einmal zack, zweimal zack, alles schön, alles gut. Das hier ist cool. Zack. Jetzt kommen wir zur Reinigung. Hier ist überall noch Öl drauf, damit das Maschinenbett eben nicht rostet. Und deswegen werden wir einmal den Reitstock und die Messerauflage rausnehmen. Und hier ist eine Eigenheit der Maschinen. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Wir haben nämlich hier keine Bremse. Das heißt, passt auf, wenn ihr mit so einem Gerät arbeitet, dass euch der Reitstock nicht rausfliegt. Die werden wir jetzt einmal kurz nehmen. Messerauflage ebenso. Und die werden wir jetzt erst einmal reinigen. Damit wir später kein Öl mehr in dem Sinne auf der Messerauflage, also auf dem Bettgestell haben. Hier werden wir natürlich auch einmal alles reinigen. Da ist auch immer so ein bisschen Farbe drauf. Weil das Gestell ist ja lackiert und hier wo das Öl drauf ist, hält der Lack nicht so richtig. Beziehungsweise das sind immer so ein paar Rückstände von der Fertigung. So, den Schalter montiere ich hier. Den kann man auch einmal abwischen. Schön ist, der hat einen Magnet. Das heißt, wir können den montieren, wo wir es halt eben brauchen. Ich montiere ihn jetzt aber erstmal hier. So, jetzt kommt der allererste Moment, wo die Maschine mal aktiviert wird. Das nächste Mal den Hauptschalter aktivieren. Und danach können wir die Maschine einschalten. Das ist wirklich eine feine Sache. Der Ausschalter geht natürlich sehr gut. Das ist alles halt neu und so wie es sein muss. Also, irgendwas ist, zack, aus. Wir können auch die Drehrichtung hier ändern. Jetzt sehen wir auch, okay, wir sind in der falschen Drehrichtung. Jetzt dreht das nämlich falsch rum. Das wird auch extra hier mit dieser LED so ein bisschen gezeigt. Weil wenn ihr ein Spannfutter drauf habt, habt was Großes aufgespannt, dann kann es halt sein, dass sich das runterdreht. Und deswegen ist das eine feine Sache. Können wir hier übrigens theoretisch irgendwie sperren. Können hier einen Stift durchmachen. Und das, da ist, wie gesagt, immer noch das coolste Feature. Natürlich braucht man zum Dreckseln auch noch ein paar Spannfutter. Und deswegen habe ich noch ein paar Spannfutter gekauft für jede Dreckselbank. So, viel Müll überall. So, was haben wir alles Feines? Einmal, das hier gefällt mir wirklich richtig gut. Das Nova Techna Tool. Das ist eine Jubiläumsausgabe. Schöne Spannfutter. Ganz viele Backen dabei. Schön alles sortiert in einem Koffer. Dann habe ich aber noch ein paar andere Sorten. Da wird nicht jeder Teilnehmer das gleiche Spannfutter haben. Weil hier nutze ich dann auch immer so ein bisschen die Gelegenheit, dann die Produkte zu bestellen, so ein bisschen auszuprobieren. Denn diese Spannfutter hier wird es auch bald bei mir im Shop geben. Deswegen, wenn ihr Lust auf ein Spannfutter habt. Und das hier gefällt mir wirklich, wie gesagt, schon sehr, sehr gut. Eine tolle Größe. Einhändig kann man das alles einstellen. Und alles in einem Koffer. Wirklich eine feine Sache. Ich habe hierbei noch ein paar andere Spannfutter. Zwei andere Sorten, beziehungsweise eine andere Sorte. Die gibt es dann in einem anderen Set jeweils. Die werden wir uns auch einmal anschauen. Dann habe ich noch ganz viele Backen, Bohrfutter. Eine Sache fehlt noch. Und zwar sind das die großen Planscheibensegmente. Auf die warte ich noch. Aber wir haben trotzdem mal ziemlich viel, mit dem wir alles loslegen können. Also, was haben wir da noch Schönes hier? Hier haben wir schon mal ein Bohrfutter. Ich habe so viel Müll heute schon wieder produziert. Sagenhaft. Also ein Bohrfutter. Das hier ist ganz spannend. Denn für diese TechnoTool Spannfutter benutzt man hier diese Aufsätze. Da ist jetzt das M33 Gewinn. Und das schraubt man quasi in das Spannfutter rein. Damit man direkt für die Maschine die passende Aufnahme hat. Das kommt dann in etwa hier so rein. Ist auch eine feine Sache. Das kommt hier so drauf. Der Spannschlüssel. Da kommen hier die Kappen drauf. Kappe Nummer 1. Kappe Nummer 2. Also, ihr seht, ich habe noch mehr Zeug ausgepackt. Ich werde jetzt einfach probehalber alles mal montieren. Genau, das hätte ich fast selbst schon vergessen. Hier bei diesem Spannfutter sind extra Madenschrauben drin, damit sich halt das Futter niemals, niemals selbstständig macht und halt eben sich rausdreht. Deswegen die Madenschrauben müssen wir natürlich erstmal rausdrehen. Dann können wir das Drechselfutter aufspannen. Die Madenschrauben können wir dann wieder festdrehen. Das ist einfach so eine Ablaufsicherung. Schöner an dem Spannfutter, was gerade auch das Spann angeht, ist, dass wir den Spannschlüssel hier reinstecken können und der bleibt dann halt auch fest hier drin stehen und kippt nicht rum. Das ist wirklich eine feine Sache. Dann können wir nämlich hier ganz entspannt das Futter zudrehen. So, einmal hier mal noch überprüfen. Das lasse ich jetzt einmal laufen. So, das sieht soweit ganz gut aus. Das passt soweit. Ich glaube, mein persönliches Favorite an Spannfutter wird aber dieses hier sein. Das ist das, wie hieß das noch genau, das Nova. Das ist ein Jubiläumsset, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Das ist wirklich auch sehr, sehr schön gefertigt. Hier ist alles auch gut nochmal mit Öl eingerieben. Das heißt, wenn ihr das zu Hause auch benutzen solltet oder es bei mir kaufen solltet, müsst ihr das natürlich auch erstmal ein bisschen sauber machen. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus. Und der erste größere Unterschied, der mir hier auffällt, ist, genau, hier müsst ihr halt eben den Spannschlüssel führen. Das geht hier so nicht wie bei dem anderen, aber es ist auch einhändig zu bedienen. Sehr, sehr schön flüssig läuft das. Oh ja, das ist ein sehr, sehr schönes Werkzeug. Genau, da werde ich jetzt einmal alle backen, kurz abreiben. Hier haben wir nämlich auch verschiedene Größen an Backen dabei. Sehr, sehr schönes Werkzeug. Werkzeug ist einfach was richtig Tolles. So, das sind die großen Backen. Dann haben wir hier noch einmal einen mittleren Satz Backen. So, und dann hier nochmal die kleineren Backen. Sehr, sehr schönes Werkzeug. Wir werden jetzt mal die Backen montieren. So, das Werkzeug ist somit gerüstet, noch nicht ganz. Hier fehlt nämlich auch noch die Madenschraube. Die können wir, die müssen wir mit dem Schlüssel jetzt einschrauben. So, das können wir jetzt einmal montieren. Kleiner Schnatzer. Jetzt die Madenschraube festziehen. Als nächstes mal die Backen zudrehen. Ja, das sieht super aus. Jetzt können wir es mal drehen lassen. Ich glaube, das hier wird mein neues Lieblingsspannfutter. Das hat richtig tolle Abmaße. Sehr, sehr schönes Werkzeug. Mann, ist Werkzeug einfach so toll. Hier auch übrigens ein kleiner Trick. Ihr könnt diese Spannfutter immer ganz gut auf diese Art und Weise lösen, indem ihr einfach den Schlüssel hier oben reindrückt. Dann die Spindel arretiert. Und so könnt ihr halt eben das Spannfutter sehr gut lösen. So, ich drehe das jetzt nochmal ein bisschen zu. Und jetzt kann ich das Spannfutter halt eben wieder entnehmen. Ein feines Detail an der Drechselbank hier ist übrigens auch nur, dass man das Kabel hier sehr, sehr gut aufwickeln kann. Das sind so die Kleinigkeiten, die es dann oftmals viel einfacher machen, ein bisschen Ordnung zu halten. Hier übrigens auch eine kleine Übersicht an Drechselwerkzeugen, die meine Kursteilnehmer bekommen werden. Das sind ganz, ganz viele verschiedene tolle Drechseleisen und die werden wir halt unter anderem benutzen, um in dem Kurs dann etwas zu drechseln. Mit diesem Video wollte ich dich einfach mal auf dem Laufenden halten, wie es denn überhaupt mit den Drechselkursen aussieht. Du siehst, ich bin dran. Es hat leider alles ein bisschen länger gedauert, als erwartet, aber die Drechselbänke sind jetzt schon mal hier. Jetzt muss ich ein bisschen nur was im Hintergrund machen, damit das auch alles dann funktioniert und du auch siehst, wie das alles vonstatten gehen wird. Also, wenn du jetzt schon mal Lust hast, an einem Drechselkurs teilzunehmen, dann blickt doch einfach mal in die Videobeschreibung, da wirst du ein paar Informationen finden. Ich muss an den Drechselbänken auch noch ein bisschen was vornehmen, damit halt eben die Drechselwerkzeuge jeweils daran organisiert werden können. Natürlich werden wir hier nicht so geballt in einem Ecken drechseln. Ich werde die halbe Werkstatt umräumen, damit die Drechselbänke dann halt eben in einem guten Abstand zueinander und zu den ganzen Kursteilnehmern dann auch eben hier drin Platz finden werden. Sehr, sehr tolle Maschinen. Ich finde, ich bin sehr, sehr happy. Also, das ist schon eine sehr, sehr feine Sache. Schreib gerne mal in die Kommentare, ob du auch Lust hättest, so viele Maschinen an einem Tag aufzubauen. Also, ja, coole Sache. Dreimal eine tolle Drechselbank. Manometer, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann im Luxus stehen würde, so viele Drechselbänke zu besitzen. Geile Sache. Übrigens, drei Kursteilnehmer, jeweils eine Drechselbank natürlich. Ich werde meine größere, meine ältere Drechselbank halt eben benutzen, um damit dann zu zeigen, wie alles funktioniert. Wie gesagt, schau gerne in die Videobeschreibung. Nächste Woche wird es sehr wahrscheinlich wieder eine andere Art von Video geben. Derzeit ist halt einfach viel Organisatorisches, was anfällt. Und da will ich euch halt auch so ein bisschen mal mit auf den Weg nehmen, damit ihr wisst, was derzeit so hinter den Kulissen einfach vor sich geht. Das soll es wie heute gewesen sein. Schau dir doch unbedingt noch eins von diesen beiden Videos an. Die gefallen dir vielleicht auch. Und bis zum nächsten Video wünsche ich dir halt eben einen ganz, ganz tollen Tag. Tschüss.